Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusia Mova. Schön, dass ihr wieder da seid und mich hier auf meinem YouTube-Kanal besucht. Ich bin der Louis und diesmal möchte ich euch eine schöne Ankündigung machen. Mehr dazu allerdings nach dem Intro. Leute, es geht endlich wieder los. Wir nehmen nochmal einen neuen Anlauf. Das zweite Mova-Freunde-Treffen steht vor der Tür. Schaut euch erstmal diesen nachfolgenden Teaser an, holt euch mal ein bisschen Appetit und danach sehen wir uns nochmal kurz wieder. Geil, einfach nur geil. Leid in Schwabe hier in Frankfurt. Hallo. 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 Ich hoffe, dass ihr alle da seid hier im Feldbahnmuseum. Hallo. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, also es ist einfach eine ganz, ganz geile Kiste und ich finde es auch gut und an der Stelle auch mal danke mal von hier aus an das Planungsthema, dass ihr das endlich wieder in Angriff genommen habt und uns das jetzt ermöglicht. So, wie kommt man jetzt dahin? Ich bin gebeten worden, euch noch so ein paar Informationen noch mitzugeben, was ich sicherlich sehr gerne mache. Ist erforderlich ist dafür ein ausgefüllter Anmeldebogen, der dann zugeschickt werden muss. Wo kriege ich diesen Anmeldebogen? Der Anmeldebogen, den findet man im Download-Bereich von den Organisatoren des MOBA Freunde Treffen und zwar von der Website www.moba-freunde-treffen.de, da aus dem Download-Bereich. Und ich verlinke euch einfach das unten in der Videobeschreibung draufklicken, kommt er automatisch hin, direkt zum Formular ausfüllen und hinschicken, gut ist. Da findet ihr auch noch mal noch ein paar weitere Informationen dazu und auch wenn die Auflage bedeutet 2G+, ich finde das vollkommen in Ordnung. Leute, wir sind im dritten Corona-Jahr. Ich habe jetzt gelernt, vor ein oder zwei Tagen haben wir das zweite Jahr voll gemacht, jetzt sind wir im dritten Jahr. Jeder von uns weiß, wie das funktioniert, wie man sich da innerhalb dieser Pandemie bewegen kann und bin aber auch noch mal hingewiesen. 2G+, bedeutet geimpft oder genesen und egal, ob ich geboostert bin oder nicht, bitte einen aktiven, gültigen, negativ 24 Stunden Bürgertest vorlegen. Das sind die Zugangsvoraussetzungen, wie ich finde, vollkommen legitim und es gibt uns persönlich auch allen ein gutes Gefühl dazu machen. Wie gesagt, wir sind da ein Stück weit routiniert. Wer dazu noch Fragen hat, der kann die gerne stellen und zwar am 5.02. ab 19 Uhr. Da wird das Planungsteam auf der eigenen YouTube-Seite, die verlinke ich euch auch unten noch mal, einen Livestream starten. Geht dorthin, schaut euch das an. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie dort stellen. Dort werden die dann beantwortet. Man kann es auch per E-Mail machen an das Planungsteam at moba-freunde-treffen.de. Da kann man auch seine Fragen richten. Auch die E-Mail-Adresse werde ich in der Videobeschreibung noch mal verlinken. Dieses Filmchen hier ist eine Bekanntmachung. Ich stehe allerdings, wenn ihr Fragen zu der Testerei und zu den Zugängen habt, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Wie gesagt, dann an die entsprechenden Kontaktdaten rangehen. So, wie ich finde, ist das wirklich eine runde und gelungene Sache. Und ganz ehrlich, ich freue mich, da wieder hinzufahren und hinzukommen, bekannte Gesichter zu treffen, neue Gesichter zu treffen. Ich werde da sein, ich werde vor Ort sein. Wenn ihr also Lust habt, mich dort zu treffen und mich mal auch live um die Fahrer zu sehen, dann wäre das sicherlich eine Gelegenheit, die man da in Angriff nehmen könnte. So, ihr Lieben, das war es jetzt wieder. Schluss mit der Ankündigung. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, denn das zeigt die Bestätigung, dass ihr da so richtig Bock drauf habt. Ja, und ansonsten darf ich euch noch eine schöne Zeit wünschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.